Hallo Ottomaniacs, hier ist der Osmanische Kräger Murat Bosporus. Als türkischstämmiger Wrestler muss ich sagen, dass ich beim Wrestling selber noch nie Rassismus begegnet bin. Wir sind so viele verschiedene Nationen und schaffen es trotzdem miteinander auszukommen, obwohl ein Großkonkurrenzverhalten da ist. Und ich muss sagen, Rassismus, das ist eines der absolut größten Übel, die vor allem zur Zeit im Umlauf sind. Und ich muss sagen, Champions sind gegen Rassismus. Und ich muss sagen, Champions sind gegen Rassismus.